Wieder ein weiterer Teil der Nordsee-Saga. Wie gesagt, Räuber der Nordsee habe ich euch schon im vorherigen Video vorgestellt. Jetzt wollen wir uns mal an eine Erweiterung herantasten. Wir spielen die nämlich separat, dass ihr einen Einblick bekommt, was vielleicht für euch interessant ist. In dem Fall dreht sich es um Halle der Helden und darunter steht es auch nochmal Räuber der Nordsee. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. In dem Video möchte ich euch ganz kurz die Abläufe zeigen. Dann gibt es natürlich wie gewohnt ein Gameplay und ein Fazit, sodass jeder von euch dann entscheiden kann, ob sich die Erweiterung für euch lohnt, vorausgesetzt ihr habt natürlich das Grundspiel, was ich natürlich schon empfohlen habe, weil es wirklich ein sehr schönes, gehobenes Familienspiel ist. Und wenn man uns das jetzt mal anschaut, dann sieht man, es ist schon einiges dabei in dem Spiel. Und unter anderem ist auch ein weiterer Spieler vorhanden. Das heißt, das Ganze ist jetzt, wie gesagt, ab 14, das bleibt gleich. Also Altersangabe kann man wirklich geruhigt senken, weil so anspruchsvoll ist das Ganze nicht. Aber man kann es jetzt auch zu 5 spielen. Das ist schon mal eine Besonderheit, bisher konnte man es nur zu 4 spielen. Aber warum gibt es denn dann hier 6 Tableaus drin statt 5? Naja, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil wenn man sich eine weitere Erweiterung dazu holt, welche ich euch noch vorstellen will, Felder des Ruhms, da gibt es eine weitere Spielerfarbe, sodass man quasi mit diesem Tableau und mit hier diesen Spielmarkern das Ganze auch mit mehr Spielern spielen kann, sodass hier gleich ein sechstes Tableau beilegt. Und ihr merkt die Abhängigkeit von den einzelnen Erweiterungen vom Grundspiel. Aber betrachtet werden soll ja nur Halle der Helden. So, und damit habe ich schon das Verraten, was auf jeden Fall beigefügt ist. Das ist jetzt ein Tableau. Das heißt, hier kann ich meine Karten platzieren. Hier die entsprechende Marke. Hier sieht man auch die Limitierung. Hier setze ich meinen Arbeiter ein. Und hier oben gibt es eine weitere Leiste, die Punkte bringt. Und dazu müssen wir jetzt unseren Spielplan anschauen. Und man merkt, das Ganze ist natürlich hier verlängert worden, passt natürlich bildlich wirklich sehr gut rein. Es gibt hier einen weiteren Plan und somit ein weiteres Aktionsfeld, nämlich die Festhalle. So, zu Beginn muss ich allerdings sagen, dass hier drei Karten dazugelegt werden. Schaut mal den Kartenstapel, der ist jetzt richtig dick geworden. Hier sind nämlich weitere Karten enthalten. Also wahnsinnig variabel schon das Grundspiel. Und jetzt noch viel mehr Karten. Ich glaube 20, 30 Karten sind es. Thomas sitzt mal, wie gesagt, gegenüber. Das Ganze möchten wir euch ja zu zweit spielen. Also es ist auf jeden Fall eine Vielzahl an Karten vorhanden. Gleichzeitig kommen hier solche vier Marker dazu. Das werde ich nachher gleich erklären. Und die anderen kommen einfach raus aus dem Spiel. Also noch mehr Variabilität geht ja fast gar nicht. Aber man sieht hier den Aufbau. Es ist aufgebaut wie bisher auch. Das heißt, ich ziehe aus dem Säckchen. Aber in dieser Erweiterung sind fünf Goldstücke extra enthalten. Die macht ihr dann mit ins Säckchen. Ihr könnt das Ganze auch wieder trennen, je nachdem wie ihr wollt. Es gibt sogar eine große Schachtel. Die werde ich euch auch noch zeigen, wo man alles verstauen kann. Aber man macht im Prinzip das 5 Gold dazu, weil es wird hier gezogen und wieder platziert. Brauche ich euch nicht mehr sagen, wenn ihr das Grundspiel kennt und es wird alles platziert. Und der Rest kommt dann als Vorrat dazu. Wie gesagt, die Münzen, das sind Add-ons. Ich wiederhole mich. Die sind normal nicht dabei. Was allerdings in der Erweiterung neu dabei ist, das ist das MED. Und damit kommen wir schon zur Funktion der Festhalle. Das heißt, es liegen hier die Karten aus. Diese Sonderfunktion zu dem komme ich gleich. Und jetzt möchtet ihr natürlich hoffentlich auch wissen, was hier diese neue Aktion bietet. Nämlich, ich habe hier zwei Funktionen, die ich dann auswählen kann mit einem Arbeiter. Der erste ist relativ simpel. Das heißt, ich setze hier ein und nehme einfach eine dieser Karten und kriege hier MED bzw. Münzen noch dazu. Und die Karte nehme ich auf die Hand. Die legt ihr also nicht für euch ab, nicht auf das neue Tableau, sondern die nehmt ihr auf die Hand. Hier gibt es aber eine neue Option und da haben wir gleich eine Neuerung. Und bei einer Plünderung, ihr wisst ja, dann bleibt das Feld ja unberührt. Man hat geplündert, alles ist weg. Aber, wie es bei Wikinger der Fall ist, oftmals bleibt vielleicht noch etwas übrig in einer Hütte oder sonstiges. Das heißt, es wird von diesem Stapel, den ziehe ich jetzt ein bisschen rüber. Das heißt, wir nehmen hier von diesem Stapel immer ein Plättchen und legen das dann quasi auf einen geplünderten Bereich. Und hier merkt ihr, aha, okay, das ist ja alles weg. Ich kann quasi durch diese Funktion, wenn ich hier einsetze, nochmal plündern und mir hier drei Proviant nehmen. Schon mal nicht schlecht. Jetzt darf nämlich der Thomas auch gleich nochmal mischen, weil das ist richtig cool. Allerdings müsst ihr erst einmal acht Stärke behaben. Ja, habe ich ja. Ich habe hier gerade geplündert. Nein. Ihr müsst diese von eurer Hand nehmen, die Stärke. Und die Stärke muss mindestens acht sein, dann könnt ihr euch dieses Plättchen nehmen. Ja, und wie viele Punkte bringt das? Damit wäre ich wieder beim Spielplan, wo ihr habt. Hier sind ja entsprechende Punkte angegeben. Das heißt, die Plättchen, die legt ihr entsprechend hier an. Und man sieht hier, das gibt immer mehr Punkte. Und jetzt kommt noch eine kleine Besonderheit und dann fangen wir auch gleich an mit dem Spiel. Das heißt, diese Plättchen hier, die lege ich zu mir ab und habe ich drei von der gleichen Sorte, kann ich mir hier so ein weiteres Plättchen nehmen. Und das sind ja vier Startplättchen, die werden zufällig gezogen. Und da habe ich nochmal einen extra Vorteil. Und auch dieses Plättchen kommt hier an die Leiste. Fragt sich nur, was man mit dem Met macht. Ich trinke ja eigentlich sonst nur Whisky. Der Met, wenn man den trinkt, was passiert mit dem? Man wird stärker. Und den Met, den ich vor mir liegen habe, kann ich natürlich irgendwann auf meine Kämpfer legen. In dem Fall meine Begleiter legen, die mir helfen bei der Plünderung, allerdings vor dem Würfelwurf. Und wenn ich das drauf platziere mit dem Met, werde ich nicht schwächer. Ich werde stärker, sodass ich eine Stärke mehr habe. Ihr habt also die Möglichkeit, wenn es gerade knapp ist und ihr kennt es vom Grundspiel, oft reicht das nicht ganz. Man will vielleicht nicht zocken, sondern man platziert den Met. Das heißt, man trinkt einen Schluck oder auch mehrere und wird dadurch etwas stärker. So, das waren alle Infos. Wie gesagt, hier gibt es noch ein paar Blättchen. Die braucht ihr nicht unbedingt. Die machen wir einfach raus, weil wir mit dem Münzen spielen. Der Aufbau ist wie gesagt klar. Man hat hier, wie gesagt, die drei Leisten. Ja, mit der anderen Erweiterung kommt noch eine dazu. Wir sind jetzt aber erst bei der Halle der Helden und zeigen euch jetzt im Anschluss ein paar Spielsequenzen, bevor es am Schluss wieder das Fazit gibt. Thomas beginnt. In dem Fall spielen wir zu zweit. Ihr kennt es vom Ablauf. Das heißt, man spielt erst einmal Karten meistens aus, holt sich dann neuere Karten. Darin hat sich nichts geändert. Das heißt, der Mechanismus ist soweit gleich geblieben. Wobei man jetzt hier bei der Erweiterung mehr dazu genötigt wird, Karten mehr zu ziehen, weil du halt aus der Hand jetzt auch Stärke ausspielst. Genau. Das ist eine Option, die auf jeden Fall dazu kommt. Hast du beide Aktionen gemacht? Ich habe beide Aktionen gemacht. Das heißt, die erste Aktion war? In dem Fall die Baracke, wo ich meine nette Dame ausgespielt habe und die zwei Dame zwei Karten nachgezogen. Okay. Das war dann hier, oder? Genau, im Torhaus. So, dann bin ich dran. Ja, sind wir beim Thema. Man spielt eigentlich ähnlich. Zumindest am Anfang. Ich ziehe wieder zwei Karten. Schaue natürlich, was ich habe. Will natürlich auch Karten platzieren. Dann nehme ich mir den hier herunter und zahle hier ein Geld und lege die ab. Ich finde es richtig schön gemacht mit dem Tableau, dass wir es vor sich ablegen haben. Das ist so ähnliches Spielmatten. Bei Spielmatten ist es ja ähnlich, aber hier ist es im Spiel integriert. Das heißt, das ist natürlich, dient der Übersichtlichkeit auf jeden Fall und ist natürlich auch sehr wertig, gerade wegen der Leiste. Da hat man alles vor sich und das ganze Material legt man quasi auch vor sich ab. So, ich gehe in die Mühle. Da darf ich mir zwei nehmen, weil das mal die Fähigkeit von meiner Dame ist. Ja, guck an. Und ich hole mir nochmal zwei Karten. Ich gehe hier hin, nehme mir zwei Karten. So, und aufgrund der Vielzahl an Karten werde ich sicherlich den einen oder anderen Cut einbauen, weil man muss natürlich hier viel lesen. Man hat natürlich noch viel mehr Optionen, weil ich jetzt in dem Fall die zweite Figur rausnehme. Das ist diese hier. Und dadurch wird natürlich auch diese Funktion stärker, weil ich mehr Karten auf der Hand habe. Und dann mache ich nämlich eins. Ich tausche ein Mannschaftsmitglied mit einer deiner Handkarten. Das heißt, die Karte kommt dann raus aus dem Spiel und ich habe jetzt die Möglichkeit, eine viel stärkere, teurere Karte hier zu tauschen. Zwei Dörfer sind geplündert worden. Hier liegen jetzt quasi auch die Plättchen, die draufkommen. Jetzt zeige ich euch die Aktion, wie das funktioniert. Das heißt, ich setze hier drauf. Ich suche mir jetzt eins von diesen Plättchen aus. Ich muss die entsprechende Stärke auf der Hand haben. Ich habe jetzt hier die Stärke von sieben in dem Fall. Passt auf jeden Fall. Die Karten muss ich abwerfen. Nehme jetzt dieses Plättchen. Da ist die Belohnung angegeben. Das Plättchen lege ich jetzt hier hin. Und nehme das natürlich entsprechend aus dem Vorrat. Und jetzt ist dieses natürlich dann auch weg und kann immer aufgefüllt werden. So, ich habe jetzt mir gerade das genommen. Habe mir jetzt natürlich den Grauen genommen. Warum? Durch die Aktion. Ich will nämlich als nächstes hier auf Plündern gehen. Das heißt im Außenposten. Und jetzt merkt man, warum man doch einiges überlegen muss. Auch mit der Erweiterung. Hier heißt es nämlich bei mir. Zahle beim Plündern eines Außenpostens ein Proviant weniger. Ich brauche also nur drei hier bezahlen. Und jetzt kommt die Stärke noch was Besonderes. Das heißt, ich muss mal schauen. Ein weniger. Erhalte eine Stärke je Proviant in deinem Vorrat. Das heißt, zwei noch dazu. Gleichzeitig erhalte ich beim Plündern eines Außenpostens nochmal zwei Siegpunkte dazu. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. So, das heißt, ich habe jetzt hier in dem Fall, das muss man mal schauen, zwei Stärke. Ich habe hier drei, sechs, neun, zehn, dreizehn, ähm, 15 Stärke habe ich schon. Ich brauche also gar nicht Würfeln, weil hier ist ja ein Würfel abgebildet. Nehme jetzt quasi eins von diesen beiden und setze das zurück und bekomme hier nicht die vier Punkte, sondern zwei dazu, also sechs Punkte. So, und jetzt merkt ihr, gerade mit der Erweiterung, man muss natürlich etwas mehr überlegen, weil man natürlich noch mehr Möglichkeiten hat, gerade durch die Festhalte noch eine weitere Option einzusetzen. Jetzt haben wir das Feld geplündert und jetzt kommt natürlich wieder ein Plättchen dazu. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit mit einer Stärke von sechs, naja, die habe ich jetzt nicht auf der Hand, hier mir dieses Plättchen zu holen, was ich dann wieder hier unten anlege. Dann nehme ich den runter, führe einen Auftrag mit vier Stärke weniger aus als benötigt. Das heißt, den hier, ich brauche also nur vier Stärke, gebe ich die ab, auf den Auftrag. So, jetzt kriege ich zum einen erst einmal die zwei und jetzt habe ich das dritte quasi, das dritte gleiche. Ich suche mir jetzt also eins von denen aus, was ich will. Ich kann natürlich überlegen, nehme ich die zwei Stärke, nehme ich Meden, nehme ich Karten, nehme ich eine Kombination aus den beiden. Boah, ich nehme jetzt einfach mal zwei Stärke und auch dieses Plättchen, müsst ihr dran denken, kommt nicht raus, sondern wird hier an der Reihe angelegt. Und hier wird auch nicht aufgefüllt, das heißt, die vier Plättchen, die am Anfang gezogen haben, bleiben liegen. Es werden die, wo am Anfang zufällig verteilt, die kommen dann raus aus dem Spiel. Also ihr spielt die ganze Zeit nur mit diesen. Jetzt habt ihr, seht ihr das auch nochmal mit dem Med, was praktisch die Stärke erhöht des Mannschaftsmitgliedes um jeweils eins pro Med-Stein. So, das ist mein letzter Zug hier. Genau. Thomas ist noch einmal im Zug, ich dann noch einmal im Zug. Zwei Würfe. Ja. Ich muss erst einmal zwei Gold abgeben und drei... Proviant. Proviant. Also vier, acht, zwölf, dreizehn, fünfzehn, zwanzig Punkte. Das reicht nicht einmal um Sieg... Doch, ah, Moment. Plus die, plus die, plus die sechs sind 26 Punkte. Das sind immerhin sieben Siegpunkte. Dann löse ich das hier auf. Die kommen erst einmal wieder weg. Kille zwei meiner Leute. Wenn getötet kommt, auch deine Hand zurück. Oh mein Gott, den killen wir auch. Und dann... Ja, das kann spannend sein. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich gebe zwei Karten ab und bin ich noch ein Gold zu erhalten. Dann ist er auch ein Pünktchen am Schluss wert. Dann nehme ich noch einen raus. Wie gesagt, man muss die Aktion nicht ausführen. Oftmals meint man ja, man muss die Aktion ausführen. Wenn man sie nicht ausführen kann, dann ist es halt so. Das ist taktisch auch durchaus relevant. Ich nehme jetzt einfach den, weil es macht jetzt eh nichts mehr aus. Und nehme ich noch die zwei Münzen. So, und damit ist das Spielende eingeläutet. Jetzt gehen wir wieder... Entfer... Nee, Feierabend. Die, äh, nicht Spielende. Die Entfertung natürlich. Die müssen wir euch noch zeigen. Die zeigen wir euch natürlich auch. Machen wir als erstes die Ressourcen. Wir können die Ressourcen machen. 30 Punkte ich. So, 1, 2, 3. Waren 3 Gold, oder? Ähm, nee. Äh, Halt-Ressourcen. Ja. Genau. Du hast 7. 7. So. Dann haben wir diese Leiste hier. Da hat keiner einen Punkt. Genau. Dann haben wir die Leiste, dann hast du 2 und ich 10. Du bist dann auf 28. Genau. Jetzt kommt die Auftragsleiste. Da hast du 12. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Genau. Du hast dann wieder umstrengen genommen. Da habe ich 7. 7. Hast du auf deiner Mannschaft Siegpunkte? So, wenn getötet, nee, Handkarten auch nicht erhalten. Nee, da habe ich nichts. Genau, das passt. Und dann? Die Darbringungsplättchen noch. Die Darbringungsplättchen noch, ja. Was ist das da? 21. 35. 70. Hier. Genau. Historischer Moment. Nein, Quatsch. Aber ihr habt gemerkt, wie knapp das Ganze war. Richtig knapp. Thomas hat zwischendurch gesagt, hat er eh keine Chance mehr. Aber man hat jetzt gemerkt, wie knapp das Ganze hier läuft mit den verschiedenen Leisten. Ja, und von unserer Seite, beziehungsweise von meiner Seite, gibt es am Schluss jetzt noch ein kleines Fazit. Halle der Helden haben wir jetzt gespielt. Habt ihr gesehen? Ist durchaus ein bisschen anspruchsvoller. Klar, ist eine Erweiterung, eine weitere Einsetzmöglichkeit da. Ist auf jeden Fall noch viel schichtiger, noch variabler, weil, wie gesagt, hier vier Plättchen, welche kommen raus. Ihr habt hier weitere Aktionsmöglichkeiten. Hier kommen Plättchen noch drauf. Das heißt, das Plünder wird noch attraktiver. Und was natürlich auch hier zum Tragen kommt, das habt ihr jetzt gesehen, ich plündere irgendwo oder der Thomas plündert irgendwo. Da wird ein Plättchen draufgesetzt und ich schaue schon meine Karten und sage, wow, kann ich vielleicht das Plättchen dann holen. Das heißt, das Plündern, was ihr vielleicht im vorherigen Video vielleicht gesehen habt, wo ich euch das Grundspiel vorgestellt habe, wo man wirklich, wo der Thomas hier die Festung geholt hat und ich eigentlich nur hinschauen musste, hier hatte ich eine weitere Möglichkeit, mir die Plättchen zu holen. Das habe ich in dem Fall auch gemacht. Das heißt, der Thomas hat durchaus auch aufgeplündert. Ich habe mir allerdings auch hier die Plättchen geschnappt, um hier den Boni zu holen. Ist also eine weitere taktische, strategische Möglichkeit, hier zu spielen. Macht das Spiel natürlich dadurch auch einen Tick anspruchsvoller. Aber so ist es natürlich auch mit dieser Erweiterung. Interessant ist, ich habe es ja anfangs erwähnt mit der Leiste noch die Entwertung, wo wir es euch gezeigt haben. Hier heißt es dann unterworfene Jalebeute. Jale, wo ist denn das? Wenn man natürlich nicht weiß, dass es hier natürlich noch eine weitere Erweiterung kommt, dann spielt natürlich diese Karte oder diese Übersicht noch, ja, oder wird relevant, weil natürlich hier die Erweiterungen und das Grundspiel schon ein bisschen verknüpft sind miteinander. Man geht quasi aus, dass wenn einem die erste Erweiterung gefällt oder die eine Erweiterung, dass man quasi sich noch die andere Erweiterung holt. Ansonsten spielen die Karten eine große Rolle. Wir haben ähnlich gespielt in dem Fall wie damals in dem Video, wo wir in dem Fall die Karten auf die Hand genommen haben. Hier nehmen wir noch mehr Karten auf die Hand. Ich glaube, im Grundspiel habe ich noch nie so viele Karten auf der Hand wie jetzt bei dem Spiel. Das heißt, das wird natürlich, das fällt noch relevanter in dem Fall als im bisherigen Runden, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist das hier. Ja, also ich könnte hier Stunden erzählen. Ich denke, ihr habt auf jeden Fall einen Eindruck bekommen. Es war, wie gesagt, wieder sehr knapp und zu viert müsst ihr auf jeden Fall noch mehr Zeit rechnen. Wir haben zu zweit auch 60, 70 Minuten haben wir auf jeden Fall gespielt und wir kennen ja das Spiel, wir sind recht schnell drin. Wenn ihr es aber zu viert, zu fünft spielt, müsst ihr auf jeden Fall mehr Zeit rechnen. Wobei man berücksichtigen muss, je nachdem kann es von Spielzeit ähnlich ablaufen, weil man natürlich auch schnell vorankommt und die Plättchen weggehen. Also ihr müsst hier, wenn ihr jetzt eine volle Spieleranzahl spielt, genau überlegen, was ihr macht, weil Fehler werden dann gerade, wenn man mit mehr Spielern spielt, wie im Grundspiel auch schneller bestraft. Also hier müsst ihr genau schauen, was ihr macht vielleicht, was auch der Spieler macht. Im Spiel zu zweit kann ich natürlich immer schön schauen, was der Thomas hier in der Auslage hat und sehe, nimm dir vielleicht ein Darlegungsplättchen oder lass das weg, vielleicht macht er jetzt was. Das ist natürlich in größerer Spieleanzahl anders. Thomas, ich denke, du spielst am liebsten mit Erweiterung, nimmst du gar gern die andere Erweiterung mit dazu. Bereichert das Spiel ungemein, du hast sogar gesagt, du spielst eigentlich am liebsten nur noch mit Erweiterung. Klar, für den Einstieg auf jeden Fall mit Grundspiel, da kann man unendlich viele Partien spielen, also viele Partien, so muss ich sagen. Aber wenn ihr etwas mehr wollt mit einer weiteren Leiste, dann ist diese Erweiterung auf jeden Fall was für euch. Ich denke, das waren alle Infos zum Spiel. Schaut mal weiter, die Teile gehen mit Sicherheit weiter, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ist schon der nächste Teil online, ansonsten könnt ihr gerne mal in andere Videos reinschauen. Vielleicht schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Grundspiel habt, was ihr jetzt von dieser Erweiterung haltet. Wäre sehr spannend, auch von euch zu erfahren. Wie gesagt, alle Infos gab es jetzt hier in dem Video. Ich sage Tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblog zu euch nach Haus.